Das Energiewerk Graz schafft Unabhängigkeit und Sicherheit durch lokale Kreislaufwirtschaft und Sektorenkopplung. Darüber hinaus leisten wir damit einen wesentlichen Beitrag für die Reduktion von CO2-Emissionen. Unserem Ziel der Klimaneutralität kommen wir damit immer näher. Wie? Abfallvermeidung ist das Wichtigste. Dennoch fallen Abfälle an. Auch das Wachstum der Stadt Graz muss hierbei berücksichtigt werden. Diese Abfälle gehen in der Abfallwirtschaft der Holding Graz ein und können im besten Fall noch wiederverwendet und recycelt werden. Alles, was dann noch übrig bleibt, kurz Reststoffe genannt, welche nicht recyclingfähig sind, gelangen in das Energiewerk Graz. Aktuell müssen diese Reststoffe zu stark angestiegenen Kosten zu Verwertungsanlagen in andere Bundesländer und auch in das Ausland transportiert werden und werden dort energetisch genutzt. Durch die thermische Verarbeitung der Reststoffe im Energiewerk Graz kann zum einen Strom für rund 4000 Haushalte sowie Wasserstoff für rund 60 Lkw und Busse gewonnen werden. Der Rest der Energie wandert über den 8000 Kubikmeter Wärmespeicher, der für die Bereitstellung von Fernwärme und die Optimierung der Energieeffizienz herangezogen wird, in das Fernwärmenetz der Stadt Graz. Auch mit der energetischen Klärschlammverwertung, kurz EKV, direkt neben der Kläranlage in Gößendorf, wird Energie gewonnen. Restwärme aus dem Abwasser sowie biogener Klärschlamm werden dort umgewandelt und fließen als Fernwärme nach Graz. Zugleich können durch die in der EKV angewandten Monoverbrennung zukünftig die Phosphoranteile im Klärschlamm recycelt werden und zum Beispiel der regionalen Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Außerdem werden durch das Energiewerk Graz und die EKV 22.000 Tonnen CO2 aus der Substitution von Erdgas und eine Million Lkw-Kilometer Transportwege dank der lokalen energetischen Nutzung eingespart. Sie bieten 100 neue und nachhaltige Arbeitsplätze und sorgen für Unabhängigkeit von Erdgasimporten, schaffen damit Versorgungssicherheit, helfen uns dabei, uns von den volatilen Energiemärkten zusehends zu entkoppeln und leisten zugleich auch Entsorgungssicherheit in und um Graz. Nähere Informationen erhalten Sie unter holding-graz.at slash energiewerkgraz minus ekv